Herzlich willkommen bei Runners Point. Ich habe hier von Brooks den Ghost in seiner mittlerweile fünften Auflage. Er ist der perfekte Schuh für alle Neutralläufer, vom Einsteiger bis zum Extremläufer. Durch seine Dynamik besticht er im Training und im Wettkampf. Lateral wurde die Dämpfung noch etwas weiter gezogen und damit eine noch rundere Abstimmung erreicht. Der große Pluspunkt des Ghosts ist wirklich seine Individualität. Das adaptive Dämpfungssystem DNA passt sich dem Gewicht und der Geschwindigkeit des Sportlers individuell an. Durch mehr Druck auf das Zwischensohlmaterial verfestigt es sich und bietet jedem Läufer die richtige Balance aus Dynamik und Komfort. Bio-Mogo in der Mittelsohle ist haltbarer als EVA und die erste biologisch abbaubare Zwischensohle in einem Laufschuh. Die Flexkerbenkonstruktion im Vorfußbereich lässt den Ghost noch leichter abrollen. Optimal eingeleitet wird dieser Vorgang durch das Caterpillar Crashpad hier im Fersenbereich. Flüstiges, aktives Laufen mit gutem Komfort. So lässt sich die ausgewogene Mischung des leichten Spaßmachers auf den Punkt bringen. Der Brooks Ghost 5 ist ein echter Allrounder mit breitem Einsatzgebiet. Er begeistert alle Neutralläufer, die einen flexiblen Schuh suchen, der alle Streckenlängen und Tempowechsel dynamisch mitmacht. Du bekommst ihn in allen Runners Point Filialen oder auch direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.